So ein kleiner Scheißer, schön Bam! So, hierhin kommt mir keiner Ich guck mal gerade, wie viele Punkte ich überhaupt schon hab Mobilitätsverbesserer, ich glaube, das hatte ich mir letztes Mal schon geholt Ich musste nämlich das Ganze jetzt nochmal machen und Bedrohungssuche einfach auch noch, weil ich's dafür hab Dann hab ich nämlich jetzt erstmal so eine Art Grundausrüstung Okay, ich würd mal sagen, hier lang ist der einzige Weg Oh, ist das schön, wenn man so weit sprinten kann, richtig Klingt ja klasse Oh, voll auf ihr gelandet Alter, das sieht echt heftig aus Ja, wer's glaubt Genauso in Ordnung wie die Jungs hier Alter Schwede Ein Seelenverwandter Schön Und hier wurden die VIPs anscheinend verarbeitet, um ihre Stadt zu ziehen Noch einer Yay So Ab durch da, raus hier, verdammt Ich scroll immer in die falsche Richtung Oh Oh Da komm ich natürlich nicht hoch, wieso denn auch Oh Oh, verdammt Ja Komm schon, da kann ich doch wohl hoch Gut, dann wohl nicht Dann sollte ich das Alien da wohl nicht killen können Ach, das ist das Feuer Das Feuer sieht echt geil aus, muss man sagen Das erfordert Genialität Denken Sie an die Rinderkrise in Argentinien vor zwei Jahren Wo ist das Viechchen? Ah, cool Ja, sag mir was Ja Essen Yay Mann, Mann, Mann Strom verschwenden Wir machen uns auf Und dabei reduzieren sie die Umweltbelastung praktisch auf null Ja Vorbildlich Durchaus, ja So, noch ein schickes Souvenir hier eingesammelt Was war das gerade? Das klang voll unheimlich Wuh Bam Ja, noch eins Und noch eins Sehr gut Hey, hier geblieben So, Ruhe hier So, ich will mal sehen, ob das heute ein bisschen besser läuft hier mit dem Rumballern Das war ja Die letzten Male nicht so Ansehnlich, sag ich mal Es war beschissen Ja, ich habe beschissen gezielt Und so War nicht so gut Okay, da geht es nicht lang Hier gibt es offenbar gar nichts Ob man da wohl hoch kann? Yay, wohl nicht Ein Versuch noch Jawoll Geht doch, geht doch So, die Kavolt behalte ich mal bei Wegen, weil Es gegen die Aliens doch Nicht unhilfreich ist Ja, denn das ist alles Teil des selben Systems zur Verarbeitung von Piosen Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage So, Aliens markieren Ja, aber auch faszinierend So, noch irgendwo wer? Den da habe ich noch nicht Den da mal ja auch nochmal Da hinten habe ich gerade noch was gesehen Jawoll Alter Schwede Ja, da haben wir einiges an Feinden Ich wollte den Visor schließen, so Tarnfeld aktiviert Tarnfeld aktiviert Tarnfeld aktiviert Versuchen wir doch mal den Kollegen hier oben Tarnfeld aktiviert Tarnfeld aktiviert Dezent zu töten Zack Und alle haben mich gesehen Oh ja Das ist gegen die Aliens Wow Scheiße, den hatte ich gar nicht auf dem Plan Das ist, äh, die Kavolt ist gegen die Aliens so eine Ober-Motz-Waffe Verdammt, jetzt muss ich nachladen Ach, da ist er Hier geblieben Zack Wow Das gefällt mir nicht Gesundheit knapp ist uncool So, Munitionsknappheit gefällt mir auch nicht, deswegen korrigieren wir das doch mal Ja, das Magazin könnte ein bisschen größer sein, aber ich glaube dann wäre sie etwas zu viel Das Gute Das Gute Mach Zack Hier geblieben, du stinkender Mistkäfer Batsch Tarnfeld aktiviert Ach man, wieder in die falsche Richtung gescrollt So, da war doch irgendwo noch Achso, das habe ich auch schon Okay Parnung an Drei Gegner Drei Gegner Bam Das war Nummer eins Das war Nummer eins Und die haben nichts mitbekommen Schön, das lief doch mal richtig geil Oh, da ist eine Leiche Ich habe die Leiche gesehen Ach komm, da war ich doch oben Ah, ist schon erledigt Ha, hat mich auch nicht gesehen Schön, das läuft ja richtig geil mal hier Bam, na scheiße Egal Da war es eh schon zu spät So, Munition nachgefüllt K-Volt Hab ich ausgerüstet Ah, jetzt kriegen wir hier richtig Nano-Katalysatoren Aber die nächsten sind auch recht teuer Na, ich würde mal sagen Das kaufe ich mir auf jeden Fall noch Also, Stealth-Verbesserung hätte ich Äh, ich weiß nicht, ich glaube das war nur Schnellerer Wechsel in den Tarn-Modus Und Geringerer Energieverbrauch Ach, scheiße, habe ich doch noch eine Piss-Näcke da Übersehen Aber ich finde eigentlich das mit dem Leise Schleichen wesentlich besser Weil so hören sie einen nicht, wenn man sich anschleicht Gut, das mit dem niedrigeren Energieverbrauch ist natürlich Auch geil, aber Ich finde so, wenn man das in Relation setzt Ist das, äh, für meine, äh, Spielweise eher von Vorteil Wenn die mich nicht Kommen hören Ne? So, das war's jetzt aber hier Ach, scheiße, das war schon die ganze Egal Gehen wir mal weiter Alter, wie sich New York hier mit einem Mal verändert hat, ne? Beim letzten Mal schien noch die Sonne Jetzt hier Regen und all so'n Kram Ne? Ich bin hier Was haben wir da? Speck-Obs-Garab Uuuuh, ist natürlich auch, sieht natürlich auch geil aus Aber ich will Scharfschutzgewehr und Dings erstmal behalten Der Kerne oder der horchicht der Welt oder was weiß ich Drei Beine und das dieses Geräusch hier entsch disposition ist Oh, yeah Hargreaves, Alter, was ist das... Alter Richtig geil Ich bin gerade saumäßig glücklich dass ich mich an das Ende von dem Spiel nicht erinnere Darauf freue ich mich schon richtig Na? Achso, habe ich schon Ach, der ist jetzt zu weit entfernt oder was? Am Arsch Wieso kann ich... Achso, ah, okay Sehr schön Ich glaube, damit habe ich auch schon so ziemlich alle hier jetzt in Sichtweite Würde ich mal sagen, Scharfschützengewehr rausholen Und Nummer 1 Eine Kugel in den Kopf jagen, ne? Ach komm, was ist denn das jetzt? So, da ist ein Kahnstein, da komme ich nicht rüber So, mit dem fangen wir mal an Oh, Händen habe ich nicht markiert Cool, mich hat niemand gesehen Jawoll Sehr gut Nächster weg Alter, mit den Beben ist das echt nicht leicht Zu zielen Bam, war das Terri? Ne, doch, war ein Headshot Geil Dann würde ich mal sagen Auf, auf An die Front Jawoll, erstmal Sturzschaden hier So Nächster So Hier sind noch Katalysatoren Und dann sind gerade Feinde gelandet Uncool Uncool Erstmal hier markieren Was haben wir da? Waffen, Waffen, Munition Munition markiere ich mir auch mal Damit ich das mit auf dem Plan habe Ach, das ist direkt hier vorne Das ist ja gut Und das nächste Gebäude stürzt zusammen, oder was? Alter, wie geil ist das denn? Und schiff Ich habe gerade etwas zu wenig Energie Um mich auf den Nahkampf einzulassen Selbst mit Panzerung Die wäre ruckzuck weg Das kann ich so nicht machen So Hau nun wieder an So Regenerieren wir das dann nochmal Und weiter geht's Oh Gott Oh Gott, ey Das war ja mal wieder Grandios Und mit Grandios meine ich So richtig beschissen Ach du Scheiße Da kommen noch mehr Und ich habe keine Energie Ach du Kacke Jetzt habe ich wieder Energie Sehr gut Jetzt kann es weitergehen, Mädels Tarnung brauche ich jetzt nicht Ah geil Die haben voll die Waffe getroffen So, wo sind denn da noch welche? Da ist einer